Willkommen, falls es funktioniert, aber man sieht es ja, wo es wirklich nicht hier kommen. Hallöchen meine Schnuckis, Schnuckipitze, Schnucki, Schnöcke! So, das ist unser Spielstand, den wir eigentlich zum Aufnehmen nehmen. Den werden wir jetzt mal ein bisschen weitermachen, weil ich Bock drauf habe. Meinst ich? Nö, ich hab Bock drauf. Ich brauchst du, du Lauch. Äh, ich glaub, wir müssen bei der Marana noch ein bisschen Ampel bestellen nächstes Mal. Was haben wir denn? Haben wir überhaupt Geld, zum Eddy einen Rachen zu schmeißen, oder? Wir haben Armbänder. Wir müssten eigentlich jetzt ein Verstecke haben, eigentlich. Aber das ist doch kein Versteck. Hm. Oder war das erst mit Level 14? Wir sind schon mal 13. Ah, steht doch. Mein Apartment verfügbar. Ja, 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 ja. Lass mich bloß in Ruhe, du Lauch. Das drauf wird so nicht. Hm, was waren die Dealer? Ach, stimmt, ja. Was denn? 107 Gramm Garn, ja. 107 Gramm Garn, ja. Noch nicht mal die 34 Gramm Weed kann ich hier ausliefern. Das ist der Witz, Alter. Muss ich den noch bezahlen? Ich muss den bezahlen, oder? Ja, ich muss den bezahlen. Haben wir irgendwas frei? Wir haben 1.400 noch frei. Wie spät haben wir zum Morgen? So, wir sind jetzt noch mal live, kurz. Ihr wisst schon. 5.51. Um 6. bestelle ich mal 120 Gramm Garnier. Ampfer geht noch. So, wir bestellen mal. Eddichchen, ich brauche mal jetzt mal kurz deine Hilfe. Ich brauche mal jetzt hier das da. Kannst du mir mal 120 liefern, oder ist das so viel für dich, Schnucki? 600. Erstmal nur das. Aber die Kunden kann ich schon mal machen, dann. Um 7. Jetzt sind die Kammerstel. Um 6. durch. 5 Gramm Gras. 4 Gramm Gras, ja. Und du willst 23 Gramm Grüne Feben. Ja, klar. Ich habe auch sonst nichts zu tun. 24? 23. Oh, 23. Warte mal. Wir müssen mal kurz jetzt rechnen. 23 Gramm. 33 Gramm haben wir drinne. Ja, 33. Ich dachte, die Drohnen bleiben drinne, ey. 3 Gramm. Da haben wir schon mal die 23. 10 Gramm Marjohana noch da. Einer wollte 10 Gramm Ampfe. Ey, das Ampfe, das sieht nicht weg. Doch. 10, Alter. Da sind wir seltsam. Nein, da sind noch 12 dann. Wenn ich richtig gerechnet habe. Wir machen das erstmal hier vor, oder machen wir das nochmal rein? Alles. Mann, Mann. Kann man die Mittel annehmen? Schau in die Ruhe. Mann, was soll ich meinen? Nein. Da die Klappe, Mann. 10 Gramm spielt Hammer. Dann kommen nochmal 12 Gramm. Du willst 5 Gramm Gras und du willst 4 Gramm. Oh Gott. 1 Gramm bleibt noch übrig. 1. fucking. Gramm. Das ist nicht mehr normal. Kann das sein? Garter, der Dammeltag hat gar nichts begleitert. Ich kann ihm noch nie mal einen Arsch abwischen damit. Also machen wir jetzt hier. 9 Gramm raus. 5 Gramm Packung. Und hier 4. 1 Gramm. Und der hier war noch 12 Gramm. Machen wir 10. Keine Sorge, das werde ich runterladen von Twitch und hochladen als Part. Den kann ich ja gleich so hochballern. Müssen wir erst mal warten. Dann gehen 127 Gramm Gras weg. 107, nicht 127. Wir stehen alle da. Ja, der Dammeltag wäre 133. Jetzt ruhig. Das ist auch nichts. Ja, aber ich konzentrier mich besser. Ich renne nicht durch wie gewisse andere Personen. Wie Eddie? Oder... Nein. Nein. Den Namen nennen wir jetzt nicht. Du willst die 4 graben? Dann sind die 4 Gramm schon mal weg. Wenn ich das mal wachen würde. So. Nee, du stehst jetzt bei Eddie. Nein, du stehst nicht bei Eddie. Aber du stehst trotzdem beschissen. Ja. Leider. Leider muss ich dir das sagen, Kunde. Du stehst beschissen. Deinem komischen Hut. Meinst du mit deiner komischen Mütze, da tut ich die keiner, oder was? Was ist der andere? Der ist da unten beim Haus. Komm mal gleich hier lang. Ey, wir sind Level 13. Wir haben die Apotheke eigentlich schon breit geschalten. Warum haben wir aber keinen Anwurf gekriegt? Doch, hatten wir, oder? Das ist jetzt auch nicht. Ich fahr nicht mit dabei. Du willst die 23 Gramm. Junge, Junge, Junge. Du siehst schon aus wie so ein Kiffer auf Dienstreise. Oh, das hat ich dir auch. Das ist schnell kippt. Ja. Das sind ja die Kunden. So, du bist morgen nochmal einmal in der Schule, Johnny, und dann ist's vorbei. Ja, dann juhu. Juhu. Morgen kannst du dich den Kuchen aussuchen. Hä? Bei Edeka. Bei Edeka. Okay. Wieso? Wieso? Muss ich immer irgendwas erklären? Wieso? Weshalb? Warum? Brauchen wir keine. Was? Kuchen? Du kannst doch gehen dann. Ey. Ja. Pff. Ich biete dir nochmal was an, dass du morgen mal schön was essen kannst. Ne. Pff. Das Ding ist jetzt gelaufen. Nein. Nein. Ich dachte für hier. Nein! Blödmann. Junge, komm her, hier. Du hast die zwölf Gramm. Du hast die zwölf Gramm. Wieso Lightspeed? Was ist das? Was ist das? Du hast die zwölf Gramm. Du wirst das zwölf Gramm. Du hast eine Flasche. ja anders so jetzt aber das schon mal erledigt muss warten bis sie gar niederlieferung da ist so wir werden die 692 mal den drachen schmeißen das hat die rechnung und ich habe keine lust dass er die mich absticht als ob wir hier irgendwo im spiel waffenbauer versteckt sind hier gibt es keine waffen und ich werde mit dem center gibt es auch keine waffen haben sie am ersten trainer hoch so ich wollte hier hätte ich hin wie willst du den pierce kartell sag mir mal bescheid schnucki 1536 okay wir werden jetzt nur auf unter 1000 kommen mit dem was wir da haben und demnächst muss man sowieso draufpacken genug so und hier werden wir jetzt auf ballena hin arbeiten möchte ihr wisst warum weil wir zum schluss genug kohle auf dem konto brauchen also alles was man was wir jetzt mit ballena verdienen wird drauf geschmissen wenn das frei ist so habe ich denn da auch schon computer drin könnte ich ja rüberwandern und mir was davon ach ja genau habe ich denn schon von der apotheke schon was bestellt laptop steht da haben wir hier ne haben natürlich nicht wir brauchen jetzt natürlich equipment wenn wir jetzt hier rüber wandern wollen also bitte nein nicht das alles was der geld ja über diesen raufen patzen das heißt braten das heißt braten wir noch Nein, ich meine Bratel. Bratel, Bratel. Bratel. Bist du ein Bayer? Ja, du Bratel. Ja, du Hexe. So, wir brauchen einen Behälter. Dann kann ich nämlich das Zeug, was ich hole, gleich rüberschleppen. Ach so, ich habe die noch nicht besucht. Stimmt ja, das war ja Dings. Ah, so. Zweimal Mörse. Wir haben 1056. Zwei Behälter. Das reicht aus. Einen Mixer kann ich noch nicht holen. Einen Trockner kann ich auch nicht. Ich baue diesmal nichts da, ich bestelle nur. Johnny, ist es okay? Ja. Ja, ja, ich bestelle nur... Nein, das da will ich hin. Ich bestelle nur Dings. Das Ampfer müsste ich jetzt rüberschleppen. Nein. Ich habe keinen Ampfer bestellt, ich habe nur mal Johanna. Das wollte ich ja. Was ist, wenn es hier drüben in Downtown ankommt? Nein, nein. In Downtown. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Was mir egal ist. Dann hole ich es einfach nicht. Nein, Spaß. Es gibt doch den alten Mauer-Trick noch. Wir müssen sowieso Downtown freischalten. Wegen Balena. Also müssen wir jetzt langsam auch mal Dings holen. Beim nächsten Mal müssen wir Dings holen. Die Dealer geben uns ja auch noch Geld. Neue Apartments. Das ist die Drogen, Junge. Das sind keine neuen Apartments. Ich muss Maik nicht angucken. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ist das jetzt irgendwann mal angekommen? Nein, weiß ich nicht. 15 Gramm Spiet. 4 Gramm Spiet. Also 19 Gramm werden dann auch Schoder weg. Das kann ich Schoder als Spiet bestellen. Seht ihr die Verzweiflung in meinen Augen? Nein. Wie steht haben wir es überhaupt? 11 Uhr 11. Und das Paket ist immer noch nicht da. Wann haben wir das bestellt? Um 6. Wir haben es jetzt 11 Uhr 11. Also nach 12 Uhr. Äh, nach 11 Uhr. Fünf Stunden dauert es. Müsste eigentlich schon da sind. So sind die schon rum? Ja. Ne, fünf Stunden 55. Alles klar. Bis 55. Aber... Wir tun mal ein bisschen... Wir werden jetzt noch mal ein bisschen... Ich sag mal... Der eine wollte 15 Gramm und der andere... Wie war der? 4 Gramm, ne? 15 Gramm Spiet. Ja. 6 Gramm weht habe ich nicht, Kumpel. Musste warten. 4 Gramm Spiet. Ja. Das sind 4 Gramm Spiet. Also 19 Gramm müssen wir reinpacken. Wir haben überhaupt noch so viel? Die Bestellung ist da, Papa. Wo? Ich glaube nicht da. Was hat der Mund jetzt, Junge? 10... 10... 5... Und... 4... Wir können noch... Wir können auch das hier weiter streamen immer. Ja, klar. Komm mal schneller voran. Ja, eine Stunde, zwei Stunden immer. Ah, jetzt ist sie da. Jetzt holen wir sie gleich. Haben wir lieber einen Hauskumpel. Noch zum Maulen, Junge. Wenn sie zu lange dauert. Was? Ist ausgefangen. Weißt doch, die schnell... Die Zeit, die rennt. Ach Gott, shit. Du meinst. Ich hab mir den noch. Ja. Was ist jetzt in die Bauten? Ich hab das Spiel... seit Release gezockt. Also... Seit Release. Der hättest rausgekommen, bist du Lauch. Mir kann keiner was vormachen. Alles, was ich... Alles, was wir einfallen lassen... Krieg ich besser hin? Oh, nee. Gibt es auch Patches? Patches, Papa? Was ist denn? Hast du drüben ein Down Down? Ich meinte, da in den Atem-Dingster... Diese Bumme da... Die Polizisten sind gerade rübergelaufen. Wir machen ja Mittagspause. So. Ich dachte schon, Alter. Wo ist der Honk? Ich brauche kein mit Fragezeichen. Ich brauche irgendein mit... mit Geld in der Hosentasche. Oh Gott, das hab ich auch nicht geguckt. Der ist schon wieder. Jetzt hast du ne Warten und gucken... Ich klatsche ihn gleich, Alter. Der hat seine vier Gramm hier. Nee, das ist mal vier Gramm, der Lauch. Das ist ne andere. Oh nee, das ist ja bei uns. Was? Das Geist will er zurückglatschen. Dann will er zurückglatschen. Hast du den Ball geschossen aber nachher? Mann, bleib doch hier nicht hängen. Wieso dick bist du doch gar nicht, Junge? Du kannst doch durchkommen hier. Ich glaub' ich hab' den Ball immer zurückgelaufen. Nö. So. Sag' ich nicht, der steht da drinnen. Der Lumpy. Ja. Nee. Da nicht. Hier. Du schon wieder. Wie befristet du noch? Sag' mal. Erst brauchst du... Na. Ich wollte grad sagen. Ekstasier. Erst brauchst du... Marjohanna. Jetzt hier spielt. Junge. Willst du dich umbringen? Anscheinend ja. So. Dann muss man das erst mal beim neuen Geschäften schleppen. Ich, ich, ich. Ich. Du kannst gleich bei uns schossen kriegen. Oh nein. Hä? 270? Ich hab' schon mal bestellt. Oh fuck, Alter. Das ist nicht gut. Wieso? Ich habe zweimal bestellt. Ich habe schon bestellt. Oh fuck, Alter. Was? Ich aller Lauch. Na ja. Ist egal. Da haben wir jetzt genug davon. Da ist doch hier oben hin. Junge. Du sollst da anschalten, Mann. Nee, das kommt unten hin. Junge. Junge, die Fresse. Halt deinen ungewaschenen Mund. Ist das klar? Ey. Das ist ja schon zweimal wundert. Ja, ich hab... Sag mal hörst du mir überhaupt zu, du Pisskopf? Dach mal nicht. Ich habe zweimal bestellt. Ja. Tja. Weil ich schon ewig nicht mehr gesagt hatte. So ist es halt. Ah, die Presse. Jetzt gibt es Gesichtsklatschen. Aber die mit der Ampel kann ich gar nicht annehmen. Ja. 37 Gramm spielt, 34 Gramm weht. Also mit weht kann ich ja jetzt dienen. Oder machst du mal die 1 Gramm rüber? Die 1 Gramm weht. Dann machst du genau 71 Gramm. 2 mal 71. Ach, so kleine Gramm da. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Die fresse jetzt, Mann. So, Moment. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Spät ich noch habe. drüben. Sonst muss ich das auch noch bestellen. Warte mal die Klappe. Ach. Kann man sich nicht irgendwie ruhig stellen? Mit einer Spritze oder so was? Nö. Das ist unmöglich, Alter. Bei mir klappt nichts. Gib dir gleich einen Karnickelschlag. Dann weißt du, was nicht klappt. Du Loch. Ich brauche die Wasserflasche ja nicht. Das kommt mir drüber. Man muss meine schöne Stimme hören. Du musst deinen Arsch hören. Scheiße, klappt nicht. Wieso? Ich habe hier nur 36. Ich habe leider kein Spiel mehr. Ja, wie viel will auch? 37. Ich habe eine Idee. Das ist jetzt unkonventionell. Wir machen jetzt 2 Gramm rein. Dann haben wir genau 37. Und mischen das durch. Ist mir jetzt egal, wie das Scheißbier ist. Das kommt jetzt eh weg. Wir machen dann komplett neue Mische. Das nächste Mal. Aber mach ihn auch schön. Ich mache mal 200 Gramm rein. Tauroprodukt verpacken. Der Rest bleibt. Der bleibt da drin. 10, 5 und 2. So, 1 Gramm bleibt mal drin. Wunderbar. Geregelt. Dann können wir den jetzt hier annehmen. Nee, warte mal. Geht der nicht. Doch. Wir nehmen den jetzt an? Der Haut ist ganz schön trocken. Klappe. Was? So, wir nehmen den jetzt an. Jetzt müsste der eigentlich... Jetzt steht der hier. Weißt du? Da. 37 Gramm Ampel. Das steht jetzt da. Den liefern wir mal als erstes aus. Und dann gehen wir das alte Ding hin. Und machen... ...die anderen fertig. Hätte ich eigentlich 100 Gramm liegen lassen können draußen, weißt du? Jetzt war nie hier. Ja. Du nicht. Dafür kann ich nichts dafür. Die Klappe. Sonst fliehst du heute raus. Nee, ist nicht witzig. So. Du bist der Erste. Oh Gott. Kann man nicht hier Doppelklick machen hier und die Drogenfeinde in seinen Koffer rin? Mann, nee. Ja, ja. Ja, ja. Level 14. Jetzt geht's los. Nimm starte den noch mal. Was? Hä? Jetzt gerade gehakt hier. Daher ist was. Neuer Apartments. Ja, ja, ja. Ich mag ja. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Hörf frisch. So, 137, einmal 100, einmal 100, einmal 5, und einmal 2, da haben wir schon mal, das erste 163. Bäh, legt mich doch am Arsch, Alter. Wir fressen ihn wirklich noch der Haar rumkoppelt, Alter. 34, nein, nicht 35, 34 bitte, danke. 129, also als nächstes muss man wirklich Speed ran. Und da müssen wir nämlich zum Mischen was kaufen. Da müssen wir aber Speed 200 bestellen, weißt du? 200. So, den machen wir zuerst, den anderen können wir später machen. Du kannst jetzt bis 1 Kilo bestellen. Du kannst jetzt bis 1 Kilo bestellen. Jetzt? Ja, Mann! Machst du mal. 34, Gott, du gehst mir auf den Sack hier, Junge. Deine kleinen Mini-Bestellung hier. Ich möchte nie wissen, wie wir bei 107 kriegen. Wir sind ja fast schon, oder? Ne, jetzt sparen wir mal ein wenig, den Schlaukopf. Muss ich schneller leveln. Also beim nächsten Mal, wenn wir bestimmt also 15. Ich weiß nicht, ob ich Kokain mitverkaufe. Ähm. Ah, das wird zu teuer. Ähm. Die Hütte. Pff. Alter, jetzt habe ich gedacht, du. Die Hütte war gerade weg. Die Hütte sind immer weg. Ah, Leute. Sieht zwar jetzt schöner aus, das Spiel, aber pfff. Mich reißt das nie mehr vom Hocker. So, bleib mir 15. Ah, ich weiß doch, ich wusste. Ich habe es doch gedacht. Schlaukopf. Und einmal Gitte hier. Also muss nur das rein, damit die Hütte sind jetzt. Ja, jetzt können wir Marjohane anbauen, aber ich will es nicht. Ich habe keinen Bock heute. Also dieses Let's Play hier. So, was wollte ich jetzt? Also, wir müssen jetzt noch rüber Apotheke. Hier ist mal diese Polizeisuche. Und was ist das wichtig, was die da machen, Power? Mal die Polizeisuche. Man kann es ja eigentlich ein bisschen Junge sein. Bin ich hier schon hochgelogen? Ja. Hm, nein. Und da war ich bestimmt noch nicht hinten. Bei Meister Lampe da hinten. Und dann kannst du die Tür eintreten. Stell dich gleich ein. Ja. Noch zwei Level, dann müssen wir ja auch fragen. Ich bin mal, da ist nie gegangen. Nein. Mh, lsdmx und pipapo. Ich muss ja irgendein verkaufen was. Wenn ich mir nicht auf dem Sack hier ist gehöre, dann kann ich nur reden. Das Tür schießt auch nicht auf. Das bist du doch nicht, Junge, du Loch. Das Kokain werden die eh nicht kaufen. Und jetzt ist die Tür, Bing. Nein. Da hieß da was drinnen zu kaufen. Nein. Was ist denn da an der Tür da was drinnen? Oh. 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 Ich meinte den Haus da. Ich geh gerne in die große Stadt hinein. Ich würde gerne ein Millionär sein. Ach schuldig. Hm? Du Arschloch. So warte mal, was hat denn hier ein Ballena rumliegen? Sein komische Bushaltesteuerhäuschen. Geht! Na das nimm doch gerne. Wenn das hier schon so rumliegt, nimm oder das? Ist das eine Bushaltestelle? Man muss nämlich für Ballena genug, genug, genug verkaufen. Weil, ich weiß ja was passieren tut. Auf Level 36. Ja, ich weiß es ja. Wir haben ja so einen hohen Spielstand. Okay. Ja mehr. Der ist schon 45. Der ist schon 45. Der in den Spielstand. So und der andere ist auch schon 43, 44. Oder? Ne, hier wollte ich da auch nicht hin. Ne. Ich wollte doch hier hin. Vergessen war's? Also bestellen werde ich jetzt erstmal nicht? Ja. Ich bin rüber gegangen, um in der Apotheke zu gehen. Wo war ich? Ich hab Busgeld gesammelt. So ein Quatsch, Alter. Lass mich Bus in Ruhe. Wie viel machen wir eigentlich? Ein paar Dollar. Ja, ja. Ich will keinen Filter kaufen. Was? Bist du schon fertig? Wollen wir? Der ist schon fertig mit verkaufen? Ne, ne. Wie warten wir es denn an? Ne, wer ist denn das? Das war 37 Gramm Speed. Oh, jetzt hat es ja gerade. Ja. Und wo sind der mit die 100? Wo sind der mit die 100? Das ist doch nicht. Lass mich doch mal in Ruhe. 15 Gramm weht. 7 Gramm? 6 Gramm weht. 5 Gramm Bambinos. 6 Gramm Ampfe. Ist euch schon klar, dass ich keine Bambinos jetzt gerade habe, ja? Also der mit die 107 Gramm, der muss schon nur über 1.000. Bezahlen, du. Vielleicht zieht er eine 2.000, Anna. Mhm. Das ist nur Majorana. Wie zahlt er da? Keine Ahnung. Mann. Oh, er muss viel bezahlen, noch. Ansonsten, hier zieht's ihn auf die Plätze. Du, kleiner Lauch, Alter. Wollte kleine Frühlingsschwiebel. So, Nummer 2. Das ist der 107 Gramm Garnia Typ. Tja, viel bezahlen. Alles. Wir warten noch bis auf den anderen, wenn ihr in der Nacht erst angeschossen kommt. Pech. Pech für heute. So, wir sind schon bei 31 Minuten. Ah. Und ich hab zwar die Benachrichtung gekriegt, dass ich streamen. Schön. Läuft alles? Ach, stimmt ja. Wir müssen hier noch ein Bett drin stellen. Deswegen dauert das so lange. Ja. Dann gehen wir schnell rüber. So. Noch. Dings. Wir müssen hier noch ein Bett und Kleiderschrank drin stellen. Ah. Wohin. Hier wo ist ne Hosentasche? Ich hab uns da gehört und Dings. Ui, wir haben schon wieder 916 Dollar. Nicht schlecht, sprich der schwächt. Also wie gesagt, ich hab jetzt wieder meinen PC aufgerüstet. Ich hab jetzt wieder 24 Gigabyte RAM. Die RAMs waren kaputt gewesen. Die RAMs waren kaputt gewesen. Also hab ich jetzt erstmal aufgerüstet. Und jetzt haben wir 24 Gigabyte. Einen werde ich mir noch bestellen. Dann hab ich über 32. Dann geht's los. Und dann kann man Tagdiener Teil 2 zocken. Sag mal. Ist die schon fertig? Nee. Du? Du bist fertig? Du? Du hattest auf Toilette. Der ist fertig. Wie waren wir jetzt in der Hosentasche? 316. Hä? Und noch halb mehr. 600? Nein. 316. Ich hab 16 noch verstanden. Ich hab 900 gesehen, weißt du? Und ich geh dann mal hier hinten noch. Was? Vorher noch was trinken. Aber schön, dass es jetzt auch mal klappt, ohne das scheiß Internet vorher auszumachen. Mhm. Das läuft schon eine ganze Weile, aber es klappt. Eine Stunde muss ich durchhalten. Kann doch ein bisschen länger durchhalten. Ich mach nicht aus, Mann. Jetzt mach weiter. Zu da. So. Wir müssen langsam... Ah, siehste. Davon kann man Sprühdosen kaufen. Wir können erhöhen, aber... 13. Und... Da ist schon 15. So. Kokain werde ich nicht verkaufen. Heroin auch nicht. Ich werde aber dieses LSD verkaufen. Das war alles 3. Drei. Hm. Wollen wir machen. Kokain nur für Balena bestellen. Kokain nur für Balena. Du Balena. Achso. Ich muss ja... Genau, ich muss ja bestellen. Sonst kann ich kein Ampfer mehr verkaufen. 100. Das wird jetzt teuer. 700. Wunderbar. Bestell mal. Wenn die. 15 Gramm weht. 2 Gramm Garnier. 6 Gramm Ampfer. 5 Gramm Bambinos. Ich schaue mal. Ich nehme mal hier Backpulver und somit. Ich bin ja oben in der... Dings... Hm. So. Nein. Das so. Mach mal. Achso. Wir können ja schon mal die draußen stehen lassen. Die wollen ja nur hier dem. Hallo. Verschieb die doch nicht mal. So. Dann können wir nämlich dann schön weitermachen. Ja. Seht ihr. Ich muss noch rüber schnell zur Apotheke. Wenn es so weit ist. So. Jetzt hole ich mir das Geld zurück. Und... Da und da. Da und da. Da und da. Ich brauche mehr. Sprüze euch. wer warst du eigentlich 518 pepin brasil ist das pepin brasil 518 aber gerade kriegt johnny 1284 das ist premium ja das ist richtig gut wir wollen uns aber jetzt von dings noch 408 2.526 wir müssen eigentlich bezahlen machen wir gleich dann gehen wir rüber und den rest versuchen wir drauf zu klatschen aber da wird ja bestimmt jetzt sagen nein nischtes ich bin ja nur lieben rentner so wird ja auch nicht mehr da man 1544 wird irgendwie nicht weniger schrei nicht so wir wollen uns bei ihm ein bisschen sprüh Zeit nehmen wir mal das ding sprühen 982 so 15 fläschchen oder zehn fläschchen dann müssen wir bei das ding sprühen haben wir denn das ding haben wir nicht auf dem markt ne also müssen wir auf dem markt das mal okay hoch war es was gerade jetzt junger deswegen gebe ich jetzt vorbei gerannt was steht hier eigentlich nicht da noch geld ja ich hab den richtigen riecher guck mal wir haben über 1000 vorher war es 916 rechner von 916 auf 1077 mein freund wohnende dollar dafür müssen wir jetzt sprühen aus null ein paar stück ich brauche mindestens 16 sprühdosen kosten 304 ok wenn du meinst kleiner ja du auch so jetzt haben wir noch dings das problem jetzt mal drauf zu packen sieben und die monat 73 wenn man auf jetzt mit dem scheiß nein wir müssen das marktplatz freischalten dann muss man das ding freischalten und dann muss man kennel freischalten und dann über kennel müssen wir da unten freischalten dass wir dann ballena kriegen das spiel müsstest du eigentlich an bisschen ich hoffe mit das ist noch drauf klatschen können das wäre genial aber dann der uns in dem baller anschreiben es funktioniert noch keine geldwäsche alles einfach nur sowas ist mir lieber wenn man das geld gleich drauf klatschen kann das ist ja nachher egal wenn das geld drauf ist dass es hier drauf ist wenn du dann da irgendwas kaufen musst und das nur mit gewaschenem geld machen kannst das ist ja scheißegal was auf dem konto ist zu viele illegale banküberweisung eingehender händler noch auch gott eddie lass mich doch mal in ruhe lass mich doch mal in ruhe meine geschäfte machen du hast deine geschäfte ich habe meine dann lass mich doch mal in ruhe danke machen wir das jetzt geknackt hast du geknackt und hier hast du jetzt Geldwäsche machen musst ja bestimmt wenn man mit eddie anrufen das ist ja immer eine scheiß wir haben 700 ok warte mal wir haben sie über 700 dinge wie viel brauchen wir für das ding bestimmt 600 bloß stecken die mir ins bn rinne schwuchteln die die zweite ich habe genug gekauft tun auch 800 muss eine wand malen junge jetzt weiter 8 lte ich schrei ich sehe es nur auf klinken dann kann ich erst darauf reagieren du hast nicht sch Jeepers dann rennen sie mir daher dann kann ich meinen arsch in der hose nehmen und dann los rein leider kommen wir nicht die haben irgendwie spielt spielt gefressen die lumpen oder wir müssen mit der finne fressen was man nicht verkaufen war halt am markplatz die bussele ist ja noch dann kann ich freigeschalten ja lass doch haken mann was bümmeln höhe oft darum zu fummeln an den scheiß mann dann erhoff ging irgendwas zu sein das ruhe und ruhige tage mann mann muss ja jeden scheiß pümmelzeug mitnehmen muss ja jedes mal schreien hier 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 ich hab noch nicht genug du sollst das da machen es soll man natürlich kindle freistalten und dafür brauchen wir das ding 600 was ist nicht schon wieder kann ich kann der schön für dich dass wir in ruhe anders zu tun junge ich muss die wende verschändeln das war jetzt ein bisschen mehr neue kunden aber muss sein so jetzt kann man ins ding hier rumeiern warum meine ich eigentlich hinten lang ich habe ja auch eine ströne in der hausentasche habe ich irgendwas drinnen nur backpulver und ich will kuchen backen also hässlichen bullen brauche ich das so und los geht's ist das unten na du bitch hier komme ich ein bisschen bittsteller da unten schade dass es keine v mehr gibt für sprühen das finde ich so scheiße und den brauchen wir noch auch eine ganze breite ja spring über den blumentopf das hat uns alles zu tun hier 47 menschen kinder nein ich habe nichts geschnuppt falls die frage im raum steht bin ich so einer zu nur rauchen und das ist schon laster hier noch erst mal 300 das wird ja lieber dritter prüfkasten supermarkt toll die wird der in der nähe von einer alten ersten wohnung weißt du so ein quatsch hätte ich hier nicht weitermachen und das gerade eine raufbombe oder den fahren lassen hier wenn man das hinkriegen muss eine drohe ohne mitnehmen dann sind sie weg Siehste, ich muss auch noch rüber zur Apotheke. Ich muss noch Zeug holen zum Mischen. Und noch mehr, noch drei Dinger. Noch drei Behälter wegen Dings. Ich will die Drogen, was hier danach kommt, noch verkaufen. LSD, Pilze und DMX oder DEP oder was weiß ich denn hier? Was soll ich jetzt gucken? Deine Hand. Wo soll ich da sehen? Dass die mit rot ist. Er hat nur seine Selfie hier genommen. Genau, dann wirst du wohl die Tische mit irgendwas abwischen. Ja, ja. Ne. Doch. Doch, der Lass. Wer hat denn da hinten auf die Türstütze liegen da? Das ist wirklich so ein Zeug. Nee. Ja, machen die. Du Knallfrau. Die Putzfrauen. Nee, deine Zähne putzen und dann mache ich sie halbe drauf. Was? Ich darf heute länger noch bleiben. Ja. Du sollst deine Zähne putzen vorher gehen. Na, bevor die was drauf macht. Mache. Hehehe. Aber jetzt gleich nicht mehr. Aber trotzdem. Hm, schade. und der Bein. Und die Reine putzen auf die Schaum. Ja, ja, ich bin in Ruhe. Ja, ich kenne das Spielchen schon. Ja, ich bin in Ruhe. 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 Ja, danke dafür. Ja, ich bin in Ruhe. 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 Achso, ich habe jetzt Kennel freigeschalten, ab wann kann man die Linksengel freigeschalten? Downtown, ab Level 12 schon mal. Ja. So, dann ab hier zur Kennel, weitermachen und dann ist sowieso der Stream erstmal vorbei. Wir sehen, die muss ins Bett. Warum stelle ich die Tür offen? Ist der Tag der auf eine Tür? Tür zu noch, wir streamen noch. Ja, ist so. Wenn Sie vorne zocken, tue ich hier auch nicht in der Tür stehen. Das verlange ich dann auch von ihr. Ich meine, die Tankstelle kann ich jetzt nicht mehr sprühen, Alter. Was vorher ging, weißt du? So, wir rennen hier. So, und danach, das ist das Visionsbett, weißt du? Boah? Ich dachte, ich kann noch bis 15 Uhr bleiben. Danke. Können Sie nicht so ausnutzen? Nein, ich, ich, ich. Und wenn du morgen für Verpennen musst, dann ist Polen offen. Das wärste. Bis 15 Uhr bleiben. Hm. Dann bleibst du halt hier in so einem Aschberg. Und wechsle mich, äh... Hier. Was für'n Asch offen? Kannst du mir die morgen abholen? Da kommt man ja gerade durch. Ich fange hier mit Don-Ton-Bogen. Ich fange hier mit Don-Ton-Bogen. Noch mal so achten. Ach, mein Gott. Ja, aber treibt man nicht. Oh, mein Gott. Ist das eine Woche? Ja. Okay. Ich hab kein Papier auf. Hä? Hier, Emil. Oh. Nicht ja, Mama. Ich muss nicht frech, Junge. Ja. Naja, nicht alleine. Naja, nicht alleine. Ich warte kurz wieder. Wie weiter? Nja. Ich muss auch mal so noch schreien lassen. So. Wir können freischalten. Downtown und Umgebung. Supermarkt. Supermarkt ist ja nicht mal so kümmern. So. Die Bestellung muss man machen. Ich weiß nicht, ob ich die Ampel jetzt so verkaufe. Äh, verkaufe schnell. Mensch. Aber ich weiß nicht. So. Ja. Wir werden den nächsten Tag verkaufen. Das wird vielleicht morgen streben werden, wenn ich nicht wieder zuhause bin, brauche ich kein Licht anlassen. Sei es noch wohl, haut rein und tschüss. Klappe. So, der eine Schrank ist voll. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Das machen wir jetzt noch im Extrem. Du musst Zeug holen. Da kommen die Dieder dran. Da kommen die Dieder dran. Hey, hörst du mal auf? Es brennt jetzt. Tja. Kommt das jetzt richtig vor? So, kleiner Trockner brauchen wir nicht. Metallcontainer brauchen wir noch drei. Und für Ampel brauchen wir... Ich mache einfach nur eine kleine Mischung, also brauchen wir nur eine kleine Mischung. Boah. 1.019 hatten wir schon mal auf dem Konto. Es gehen. So, Moment. Jetzt müssen wir noch rüber. Oh. Doch. Ich bin, äh... Im Laden denn. Mübeladen. Hä? Da stehen kein Stopplan ab. Ich bin die einfach durchsucht. Nein, Polizei suchestand hier um an. Die sind vielleicht da gar nicht stehen geblieben. Wenn du in der Polizeistunde bist, wäre ich verhaftet worden. Spinner. Und draußen loben wir gar nicht rum in der Polizeistunde, das bist du ganz genau. Die andere Leute, die werden nicht verhaftet, Papa. Knappe. So, wo ist der Kleiderschrank, den müssen wir auch noch holen. Restblatt jetzt drauf. Jetzt haben wir unter 1000. Knappe. Ja, ich weiß, das ist ja wichtig. Auch ein Kleiderschrank ist so wichtig. Kleiderschrank schon, wenn ich mal verfolgt werde, du Knallfrosch. Geh weg, du Lauchjosen, bin ich hier. Ja. So, ich stelle das jetzt noch hin, alles und dann ist Feierabend. Feierabend für heute, weil jetzt keine Spiegel ist, fliegen wir heute Abend, keiner. Achso. Der Kleiderschrank ist daneben. Obwohl das einig sinnlos ist. Der Kleiderschrank nicht, aber auch das Bette. Ähm, wir haben keinen Platz. Da kommst du eigentlich hin? Da kommt eigentlich Warte hin. Da kann man auch hier machen. So, und der kommt hier unten in der Mischer. So, das war's. Ich wünsche euch nochmals haut rein. Und tschüss.